Gut, wir machen weiter. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich dann ohne euch einmal zu dem Bauern zurücklaufe und ich dachte, dass das halt richtig, richtig lange dauern würde und ich bin dann auf dieser Anhöhe hier oben, da vorne, bin ich dann bis an den Rand gelaufen und dachte, verdammt, hier kommt man ja nicht runter, man muss dann doch komplett drum rum. Aber dieser kleine Weg hier hoch, den hatte ich dann, also den Weg runter sozusagen von oben, dann hatte ich dann gefunden und so ging das dann doch relativ schnell und jetzt können wir diese drei Schweine versuchen zu organisieren. Eigentlich sollen es ja fünf gewesen sein, aber wir hatten ja die Ogre schon besiegt, deswegen sind die Goblins da jetzt unabhängiger und wir können, ja, wir können einfach den Bauern leichter überzeugen, denke ich mal. Ja, und das sind sie bestimmt auch schon, die drei Schweine. Da unten sind auch noch irgendwie welche, ne? Mal gucken, ob da unten jetzt genau zwei noch gewesen wären. Na, soweit ich das sehe, hätte er dann noch zwei übrig. Hätte man jetzt die fünf genommen, aber okay. Und? Gibt es Neues zu berichten? Wegen der Bestie. Ja, habt ihr sie ausfindig machen können? Oder schon besiegt? Ich habe die Höhle der Bestie entdeckt. Allerdings ist der Eingang eingestürzt. Die Steine und das Geröll müssten erst zur Seite geräumt werden. Ja, das habe ich mir halt gedacht, dass das direkt zusammenhängt, ne? Aber ist ja auch okay. Und? Wegen der vermissten Bauern? Ja? Habt ihr sie gefunden? Geht es ihnen gut? Einige Goblins haben sich in der Schlucht niedergelassen und eure Leute gefangen genommen. Sie wären bereit, sie im Tausch gegen drei Schweine freizulassen. Goblins, sagt ihr? Es hat ja gerade noch gefehlt. Wenigstens leben meine Leute noch. Wint ihr nicht, es wäre möglich, meine Leute mit Gewalt zu befreien? Ich wollte Verhandlungswillen nicht mit Blutvergießen bestrafen. Diese Region hat schon genug Tod gesehen, findet ihr nicht? Da habt ihr sicher recht. Allerdings stellt der Verlust von weiteren drei Schweinen in meiner Lage ein schmerzliches Opfer dar. Das muss ich irgendwie ausgleichen. Seid ihr euch ja so im Klaren, dass dies eure Belohnung um 15 Dukaten schmälern würde? Dann könnt ihr die drei Schweine haben. Einverstanden? Ah, wir können sogar überreden. Ihr stellt euren Besitz vor das Wohl eurer Bauern und wollt mich dafür die Zeche zahlen lassen. Normalerweise nehme ich immer irgendeine Option, wenn wir quasi würfeln können, aber... Ja, wir sind bisher immer ziemlich großzügig gewesen und wir haben ja auch wieder ganz gut Geld gesammelt und wir haben uns ja auch schon satt gekauft erst mal vor einer Weile, ne? Also ich glaube, wenn es denen hier um ihr Überleben geht oder um die weitere Schweinezucht und das Überleben der Stadt und so weiter, dann kommt es darauf nun wirklich jetzt nicht an. Oder sogar gegen die Goblins kämpfen. Nee, nee. Auf die paar Dukaten kommt es mir nicht an. Ich bin einverstanden. Nehmt die Schweine gleich hinter mir. Passt aber auf, dass sie immer in eurer Nähe bleiben. Wenn sie erst mal ausgebüxt sind, ist es eine fürchterliche Plackerei, sie wieder zusammenzutreiben. Hoffen wir, dass diese Goblins Wort halten und meine Leute auch wirklich freilassen. What? Ach du Scheiße. Ich dachte, die sprinten jetzt in dem Tempo weiter. Erinnert mich so ein bisschen an... Übergebt die Schweine, okay. Erinnert mich so ein bisschen an... Die eine Quest mit den... Wie geil. Ach verdammt, wir müssen die wirklich treiben, ne? Was ist das da unten? Wölfe auch noch. Ach, die sind extra hierher gerannt, weil da jetzt Wölfe kommen, ne? Ah, toll. Aber dann können wir ja mal her über das Tierreich zaubern. Ja, ich glaube, das wird jetzt nicht so wild werden. Ah, viel geschlagen, na toll. Genau, was ich sagen wollte. Das mit dem Schwein hier erinnert mich an die... Eine Quest von Witcher 3. Ja, wie hieß denn die Quest nochmal? Ähm, die hab ich letztens erst... Ah, im Let's Play auch nochmal gesehen. Beim guten Steinballen. Das... das Gold der Trottel, glaube ich. Genau, und da hat man auch mit Schweinen zu tun, aber auf ne... Etwas andere Art. Und da muss ich auch sagen, das war eine der coolsten Schweinequests, die ich bisher irgendwo hatte. Gut. Ehrlich gesagt, ich hatte jetzt fast noch nie irgendwo in irgendwelchen Spielen so Schweinequests. Aber das war auf jeden Fall die beste. Ah, ich erinnere mich, es gab bei Gothic 3 noch so ne Quest, aber da musste man... Ähm, ich glaube, das war nur, dass die Rebellen wollten, dass man irgendwelche Schweine, irgendein Vieh, allgemein irgendein Vieh... Ich glaube, es ging aber auch vor allem um die Milchkühe. Die Vieh... das Vieh irgendwie... Ähm, von so einer Stadt killt, damit die Versorgung eingedämmt wird. Aber dazu kommen wir dann noch später im dritten Teil. Äh, ich glaube, während diese Folge hier jetzt rauskommt, habe ich schon den zweiten Teil einige Folgen angefangen. Also, nicht... also, habe ich sowieso schon, aber, äh, also nur so vom, äh, Upload-Datum her. Genau. Und dann dauert der zweite Teil natürlich noch ziemlich, ziemlich lange, mit Add-on vor allem. Und dann kommt natürlich der dritte nach meinem Plan. Okay. So. Sprich mit Tresha Sula. Na klar. Du mein Schweine! Okay, das kannten wir schon. Die wollen die Schweine züchten, na gut. Dann hoffe ich mal, dass sie jetzt nicht drei männliche oder drei weibliche Schweine haben. Okay. Ah, du seins zurück. Du Schweine mitgebracht. Ja, Fäscher Sula. Aber wirst du auch deinen Teil der Abmachung erfüllen? Meilem Rektei recht gehabt. Du wirklich haben über Leben von Sippe gerettet. Andere Menschlinge jetzt seien frei. Wie gut behandelt. Mutter und Jäger dich segnen. Perfekt. Okay. Sprich mit den Bauern. Ihr habt uns befreit. Wie können wir euch das jemals danken? Gut, wie es ihnen geht, hatten wir schon gefragt. Ihr könntet mir helfen, meinen verschütteten Höhleneingang freizulegen. Wenn am Rattelshof noch das ein oder andere Pferd lebt und nicht all unser Werkzeug beim Brand zerstört wurde, sollte das kein Problem sein. Wir kehren jetzt erst einmal zum Rattelshof zurück, damit die Leute dort sich keine Sorgen mehr um uns machen. Sprecht einfach mit Bauer Ebergrütz, wenn ihr wieder beim Hof seid. Er kann das alles sicher in die Wege leiten. Ah, okay. Das ist die klassische Entscheidung, ob die uns da quasi gleich hin teleportieren. Ja, wir haben ja hier nichts mehr zu tun, ne? Also, in Ordnung. Ich komme mal am besten gleich mit euch mit. Perfekt. Kehre zu Ebergrütz zurück. Naja, das siehst du doch. Wegen der vermissten Bauern. Ich sehe schon, das habt ihr großartig erledigt, Voltan von Elinwina. Alle meine Leute sind unversehrt. Ich danke euch vielmals. So bleibt nur noch die Bestie. Konntet ihr sie schon ausfindig machen? Wie gesagt, die Höhle, Volt und Geröll, versperren sie. Ich müsste mit euren Leuten einmal die Höhle freilegen. Ja, gut, okay. Wir haben offensichtlich noch gesagt, dass sie einfach nur so verschüttet da drin sein könnte. Und, naja. Tatsächlich, ich befürchte, darauf können wir uns nicht verlassen, dass sie verschüttet bleibt. Es bliebe immer die Sorge, dass sich die Bestie irgendwann wieder herauswühlen würde. Ich schicke meine Leute, um euch zu helfen, den Eingang freizuräumen. Gut. Ich treffe eure Leute dann am Höhlenengang. Perfekt. Hoffentlich werden wir da wieder hin teleportiert. Ach, ein Glück. Ach, die haben die Arbeit schon erledigt und wir kommen erst an? Stelle die Bestie. Na, was sagt ihr? So ein wenig Schutt und Geröll stellt für uns kein Hindernis dar. Wir haben den Eingang in Windeseile wieder freigelegt. Mhm. Ja, ja, ganz toll. Okay, so blöd benehmen wir uns natürlich nicht. Sehr gute Arbeit. Ich danke euch. Das ist doch das Mindeste, was wir tun konnten. Wenn ihr die Bestie erledigen wollt, müsst ihr euch aber beeilen. Der große Krieger Parzalon von Streitzig wird euch sonst zuvorkommen. Kaum hatten wir den letzten größeren Felsen beseitigt, da zwang er sich schon durch das Loch und war verschwunden. Was für ein Held. Parzalon ist schon vorausgegangen. Ganz großartig. Ja, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass er hier noch irgendwie steht und dann sagt, nö, nö, macht ihr mal. Na, ich komm, ich komm später mit. Ja, Duplicatus kostet richtig viel. Richtig viel zu steigern. Ah, so ein paar Sekunden. Na toll. Stinkende Höhle. Ja, ist ein bisschen komisch, ne? Ich meine, wir wären ja mit ihm gegangen, wir hätten mitgeholfen. Dann hätten wir ja selber gesehen, dass der da irgendwie gleich reinschlüpft. Also, wir hätten ja direkt reagieren können. Äh, das ist mal wieder ein bisschen speziell gemacht hier. So, so langsam. Riecht's etwas streng hier. Kann also nicht mehr weit weg sein. Der Stinker. Okay, vielleicht ist das ja Patzelwurm wirklich. Ne Leiche? Oh, Mann. Was, wer kämpft da hinten? Ah. Ich hasse die Viecher. Alles klar. Candidus. Ah, na toll. Perfekt. Ähm. Schwerer Wundbarn. Ach, dann ist die ganze Ausdauer weg. Ach, du Scheiße. Die Zeption. Ah, okay. Sie schafft es. Sie schafft es, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. Kann man die eigentlich umwerfen? Ah, wahrscheinlich nicht. Naja, sie hat ja eh minus 4 AT. Okay. Zerritus, Zerritus. Astus. Ah, ich weiß gar nicht. Alchemie? Dafür Alchemie. Auch meinen die gar nicht, ne? Ich nehm die Sache in die Hand. Ich weiß gar nicht mehr, was die hier... ...eisig haben. Hm, na, na gut. Ja, ich weiß jetzt aber nicht, ob da noch ein anderer Weg war. Na klar. Candidus. Okay, da ist auch noch ein Weg. Nein! Oh, Leute. Rennt da doch noch nicht hin. Da sind verdammte Riesenamögen. Das ist immer blöd. Man weiß immer nicht, ob das einfach nur so... Moment. Ach, da ist schon ne Tote. Das heißt, er ist da jetzt die ganze Zeit am Kämpfen? Okay, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Oh, nee. Ach, die haben selber schon fauliger Gestank. Okay. Was? Was haben die für heftige... Was haben die für heftige Attacken, dass sie da irgendwo durchkommen bei ihr? Okay, die ist gleich besiegt. Was? Er auch schon? Wie krass ist das? What? Die sind gleich besiegt. Ich mach das schon. Gute Entscheidung. Gut, aber das ist insgesamt nicht allzu wild. Oh, das war ein guter Schlag. Okay, dann erstmal die ganze blöde Vergiftung hier weg. Aber es kann ja eigentlich kein Tatzelwurm sein, ne? Ich mein, soweit ich weiß, können die kein Feuersprung... So, looten. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Na klar. Ach, na toll. Ich nehm die Sache in die Hand. Ich versuch mein Bestes. Folgt mir. Alles klar. Amazone voraus. Ach so. Ach. Ich nehm die Sache in die Hand. Die ist schon besiegt. Verstehe. Okay, großer Zauertrank ist heftig. Ach. Nochmal, ey. Das ist... Das ist so nervig. Eine. Eine der Sachen, die mir... Die mir etwas auf die Nerven geht hier im Spiel. So oft hintereinander muss man einfach immer wieder... Hier den gleichen Mist machen. Perfekt. Folgt mir. Ich weiß noch bei 3-1-2 diese Sache mit den... Den Ritzenkrabben... Die man oft nicht geschafft hat. Na klar. In dem... Alten Effa-Tempel. Mein... Was? Die... Ach, die kämpfen gegeneinander. Ach so. Die sollen mal gegeneinander kämpfen. Wir machen das mal hier in Ruhe. Ah, diese Kämpfe halten einen zu lange auf. Aber Gruffd-Asseln sind tatsächlich auch nervig. So im normalen Spiel, also... Die haben halt eine... Krasse Panzerung. Ach, die hat ja schon drei... Äh... Wunden. Ja, da kann immer richtig geiles Zeug drin sein. So, einen großen hatte sie noch nicht. Alles klar. Zerritus. Zerritus. Astus. Arquatus. Die... Septium. Arquatus. Ich glaube, wir müssen die Seife mal wieder durchreichen. Wobei... Äh, der Gestank an sich macht ja nur Charisma Malus. Das ist jetzt nicht so schlimm. Höchstens beim Zaubern. Amazone voraus. Ja, Mann. Ich würde diese ganzen anderen Gänge eigentlich gerne erforschen. Moment. Ach nee, hier ist gar kein Gang, ne? Hier haben wir noch was vergessen. Ja? Sammelst du bitte ein? Ew. Oder doch, ist das hier der... Doch, hier ist noch ein Gang. Tatsächlich. Okay, ich gehe aber mal trotzdem den anderen. Das mit dem... Gestank. Das machen wir dann am Ende weg hier. Das bin ich. So. Ja, normalerweise würde ich jetzt ein bisschen Überlänge hier machen. Um... Also in der Hoffnung, dass wir das hier alles noch durchschaffen. In einer Folge. Ähm... Ah, hier ist eh zu Ende. Okay. Aber... Na komm. Okay. Äh... Aber... Da ich gleich los muss... Machen wir das dann doch hier einmal... Eher eine halbe Stunde. Passt vielleicht auch mal gut. Wie ich gesehen habe, sind die letzten Folgen ja doch eher alle etwas länger oder sogar mit Überlänge. Da hinten sehe ich schon Gruft-Asseln. Okay. Gut, dann können wir die ja nächstes Mal tatsächlich auch anschließen. Leider sind die immer sehr schnell da. Ich erneuere nochmal den Zauber. Na, 77 Sekunden. Okay. Gut. Dann machen wir mal an der Stelle hier den Cut. Eine... Normal kurze Folge. Und... Dann bin ich mal... Immer noch wirklich sehr gespannt, was hier am Ende die Bestie ist. Weil wie gesagt, Tatzelwürmer können ja nicht... Nicht wirklich Feuer spucken, ne? Die stinken halt nur. Und es haben doch auch Leute schon erzählt, dass da irgendeine Bestie... Oder sogar geflügelte Bestie... Auf jeden Fall, dass da irgendeine Bestie von oben gekommen ist. Also das... Das kann ja jetzt nicht der Drache eigentlich gewesen sein. Ich meine, man denkt halt, das ist auf jeden Fall der Drache. Vielleicht führt einen das Spiel auch irgendwie auf eine falsche Fährte. Und das ist irgendwie... Ähm... Ich glaube, wir hatten doch einmal mit Rechtsklick geschaut, bei dem Geröll, was da steht. Und da stand doch irgendwas, die Höhle der... Der Nachtbestie oder Nachtkreatur oder so. Also... Das war eventuell schon so ein Hinweis. Also Drache vielleicht dann eher nicht. Na gut, wir werden es sehen. Ich bleibe sehr gespannt, da ich das wirklich alles vergessen habe von damals. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bis denn!